Jungs, ist doch mal ein ganz anderes Feeling, in so einem Umfeld hier zu kämpfen, oder? Das ist schon was Besonderes, oder? Also, das finde ich komplett anders. Wie war's denn? Ja, Jungs, in so einem Umfeld antreten, was halt dann mal von so einem Umfeld trainieren. Ihr habt freie Zeit, wieso nutzt ihr die mich besser? Heisenberg, letztes Mal nicht abgeliefert und jetzt fällt dir nichts besseres ein, als deine freie Zeit hier zu nutzen mit Blauderei. Guck mal, ihr habt nichts zu tun, ihr habt jetzt freie Zeit. Macht ein bisschen was, seid ihr perfekt oder was? Habt ihr nichts zu verbessern? Frage mich, ey, wie fakt ist euch ernsthaft? Hast du nichts zu verbessern? Wieso machst du jetzt eben bei Push-Ups? Wieso kümmerst du dich nicht ein bisschen um deinen Körper? Hier genauso, wieso macht ihr nicht ein bisschen was? Euer Coach bringt euch anscheinend nichts bei. Ich verstehe das nicht. So sprichst du nicht über meinen Coach. Ach ne? Nein. Was willst du dagegen machen? Wolltest du das dir klären, oder was? Ja. Und wenn ich das hier anscheinend so mitkriege, bringt ihr euch auch keinen Respekt bei. Dann hältst du hier nicht so eine große Klampe mir gegenüber, ja? Pass mal auf, wer du bist, wo du stehst in einer Karriere, ja? Ich geb euch hier wertvolle Tipps. Ich wär der beste Trainer, ich sag's euch nur. Bei mir wird das ganz anders aussehen. Denk mal drüber nach, ich hab jedenfalls zu beweisen, Jungs. Ich bin der Beste. Aber ihr? Ihr wollt doch hoch hinaus. Und er hat meine Trainer. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Also.